Hallöchen, ihr bei Nausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Feed the Beast presents Hermit Pack mit dem lieben Dachgul zusammen. Hallo. Servus. So, und ich bin gerade hier an dem Prozessor-Dingens dran. Prozessing-Zeug. Und dann wollen wir gleich mal ausprobieren, ob wir was Stahl machen können. Ja, und ich versuche eine altmodische Sugarcane-Farm zu bauen. Sehr schön. So, im Prinzip könnte man jetzt Stahl ordern. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich order mal 30. Na, gucken wir mal, ob was passiert. Auf jeden Fall macht er schon mal das Compressed Carbon. Und merke, ich sollte den ja mal auf Extract stellen. Das könnte helfen. So. Jetzt macht er schon mal den Dust. Gut. 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 so ich hatte mich gerade ein ich hatte vergessen den output anzumachen jetzt hat er gerade ein bisschen mehr eisen gemacht also ein bisschen mehr enriched iron egal aber so wie es aussieht sollte es eigentlich jetzt funktionieren da müsste jetzt gleich 32 karbon nur über haben 32 und 32 sind drin und ich weiß jetzt schon ich habe das vergessen nämlich empfiehlt auch reinzukloppen jetzt funktioniert jetzt sollte seine 222 die linke zu bauen eine stil in h müssen noch wann werden ja gleich stil dust ist natürlich dann wird dann zum stil ingot ist aber klar da muss man brennen mal hier rein und schüttern wir nicht ganz denn dort wird kein stil in wird wird dieser stil dass wird wenn wir noch mal kurz ändern auch davon plus ein plus einen davon ergibt acht stil dass so sind nicht und nicht anders das ist die frage wie lange brauchten schule kein business ausgewachsen ist das weiß ich nicht ja mal gucken das kommt so unterschiedlich mach nicht so ich möchte denn es richtig ein stil ist genau ein stil das ergibt acht in netz natürlich natürlich aber während der war ganz neues ja ok laut wiki 13 bis 15 minuten und ob das alles so richtig ist so jetzt ist noch die frage was sind 13 minuten oder 15 minuten in tics ja keine ahnung ja taschenrechner alles grüßen so dann machen wir nochmal hier erstmal so ein stil machen das funktioniert auf jeden fall schon mal stil funktioniert sehr gut das schon mal sehr schön mehr papier aber leider noch nicht also können wir die anderen sachen noch nicht automatisieren beziehungsweise ich habe noch 30 uhr können also sind im system sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut so sogar beziehungsweise halt halt handelt durch den reis von actually additions kann man nämlich auch papier machen ja und dann müsste die mit der farma gehen genau mit der farma mit der farma genau ähm weiß so jetzt kommt red stöne red stöne red stöne ein red stöne wird zu dem dingen hier genau sehr gut das kommt dann auch schon mal in den kraft der so dann kommt natürlich hier ein filter mit diesem jenen da war und auch eisen und ozmium eisen und ozmium eisen und ozmium 8 eisen dann 8 circuits und die ganzen 8 alloys ja gut 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 da kannst du mal unten gucken ob ich ne ähm quantum storage für ähm wie heißt das zeug canola seeds hab oh gut oh gut das wolle durchgucken mhm mhm ist auf jeden fall noch ne leere ähm nö ok dann war die leere für canola für die seeds zumindest naja also ich hab jetzt keine gesehen mhm ok na dann muss man noch den chest transporter ähm den da so was hab ich gesagt 8 eisen plus das nee 8 eisen plus das ergibt circuit davon 8 stück zack so dann haben wir noch elois 8 ozmium plus 1 davon ergibt 8 elois sehr schön auffällig so ach ne die eine ist nicht leer da sind äh dark oak saplings dran ja so dann hat er die angezeigt ja so dann hat er die angezeigt aber was ist das eigentlich auch egal so elois und so haben wir auch dann haben wir das nächste ist diamant würde ich sagen da brauche ich natürlich mal einen für so da kommt der tiger rein so genau da ist mir auch der obsidian dust entwich der neue ok ja und obsidian macht nämlich dann daraus den we find mhm obsidian ok 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 das und das ergibt dann recht das andere so obsidian das könnte man eigentlich auch noch machen obsidian ok 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 für die zuschauer mal kurz gesagt ganz wichtig ist immer dass man die die anzahl an sachen rein schreibt die man baut weil es gibt natürlich auch wenn man jetzt nur einen nehmen würde also ein rein machen würde hat man natürlich ein problem weil man baut immer acht von den sachen natürlich wenn man jetzt einzeln diamanten oder so einfach nur tatsächlich nur ein das ist korrekt aber wird würde halt schwierig werden wenn man tatsächlich die kompress sachen benutzt und dann immer da keine ahnung acht dinge rauskriegt die acht erläufe oder sollte dann hat man irgendwann hat man das system komplett voll definitiv und das würde es nicht passieren sondern kommt hier oben auch obsidian powder rein würde ich sagen und ich glaube tatsächlich das diamond aus acht stück werden dann auch acht dinge so langsam verdammt verdammt ob sie das und der muss damit aus dem kompressor eigentlich umgewandelt werden in irgendwas anderes denn das hat auch noch so weiß ich das gerade gar nicht ja der macht dann immer aus dem kompressor haben daraus diese refined obsidian ingots ja ingots aber braucht man die ingots ja für die teleporter zum beispiel ja die brauchen wir aber nicht für die ganz für die atomik und so nein das würde ich gerade meinen denn man kann aus dem we find direkt schon das kompress zeug machen so we find obsidian dust so dann brauchen wir mal kurz einen davon so nein vielleicht ist es nicht kraften danke aus einem davon wird dann ein kompressor obsidian jetzt kommt er wieder in der enrichment factory aber ich habe vergessen diamant einzustellen ja ich gerade seh ich gerade ohs 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 obs 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 nein 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 schieben sollte ich mich aber so was von so setzungen dann geht doch hm das habe ich gemacht genau so was kann man damit alles noch machen ach ja Atomic Aloys klar natürlich Atomic Aloys das heißt aus dem da mit dem da die und die da entstehen jetzt acht Atomic Aloys von ich muss natürlich jetzt nur einstellen oben kommt natürlich ein Filter rein mit diesen Dingern und hinten kommt natürlich der Filter mit dem Compressed Obsidian hin so sollten wir eigentlich alles soweit erst mal eingestellt haben dass wir Autocraften können also die Dinger auf jeden Fall schon mal alle gut gut zack und dann noch mal hier so Gute ist dass eigentlich Mechanism Autocraft auch nicht so unbedingt schwer ist das stimmt so dann da hinten noch das Rezept reinlegen zack so eigentlich sollten eigentlich soweit jetzt alle Rezepte da sein kannst du so Salat reinkloppen sehr schön so gut gut das heißt wir können jetzt eigentlich hingehen und sagen ich möchte jetzt hast du schon irgendwelche Rezepte hinterlegt an Smelting oder sowas ähm nein ok ähm dann könnte man jetzt natürlich hingehen und sagen ich möchte äh das erste war Püri-Falgen habe ich gesagt ne ja zum Beispiel verdammt die Rezepte muss ich auch noch machen mhm blöd blöd ähm wir brauchen doch dann diese äh gut wie heißen die die das Wasser aufspalten ja die Dinger irgendwas mit Zipper ja 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 Elektrolytic Separator ist der glaube ich ich glaube das Rezept stelle ich auch gleich mal rein mhm äh ne das möchte ich nicht das möchte ich auch nicht guck guck ah also ein Ritschinger Leukamat schon herstellen oder? du kannst alle herstellen oder? ok dann kann ich das Rezept ja machen oder man sieht wie ein Flügel hallo äh ehrlich hier äh achso ein paar Crafter müssten dann auch noch ja ein paar brauchen wir definitiv noch äh so 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 ein paar könnte man nur hinstellen ja wo ist da noch Platz? ähm schon so äh ich will auf Platz so was war das jetzt? was habe ich gesagt? factory purifying mhm nein nicht die injecting ja nicht die injecting gut dann nehme ich die noch höhere ja so dann haben wir die Elite dann kommt die Advanced dann natürlich noch die Basic ähm wie viel Separator wenn wir brauchen? ähm ich würde sagen auf jeden Fall mindestens erstmal zwei ok weil äh wir fangen ja wahrscheinlich mit ähm zwei Dienern direkt an erstmal da werden wir ich denke für jede einen Separator sollten wir auf jeden Fall haben ok ein Steel Casing mhm dann brauchen die ja was? ähm Liquid Transfer Hammer sehr gut äh dann ja ich wollte gerade sagen wie heißt dieses Upgrade was die abbauen können? Upgrade Mining hm klingt logisch irgendwie ja manchmal das ist die Enrichment Chamber wo ist denn die Purifying? Melting da Purification Chamber ach da brauchen wir die Enrichment Chamber erst ach so das ist ja frech ja da war was das ist ja frech ja dann haben wir halt ganz viele Rezepte jetzt da drin zack 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 so kann ich das Ding jetzt bauen sag ich mal zwei Stück sieht gut aus tatsächlich schau mal 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 Advanced hat er schon mhm äh ich das da möchte ich der macht gerade circuits ja jetzt muss er lois ok da ja klar ähm ja stehen bleiben ja ja stehen bleiben natürlich auch noch eine Wasserquelle haben ja da bin ich gerade dabei wohin sollen die denn ich werde voll Horst manchmal ne heißt nicht wahr hm ach boah ähm kein Kommentar boah bin ich manchmal doof ey das gibt's gar nicht ey ach da ist ja diese dämliche Höhle scheiße sag mal nicht weiß ich egal Osmium Osmium macht man die die ähm die ähm die circuits und nicht ähm die Alois hm 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 ja ja das ist schön hm 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 verdammte axt verdammte axt damit machen wir die Alois mensch ach ja mit dem anderen machen wir die circuits mit den Osmium macht man circuits mit dem anderen machen wir die Alois falsch rum oh die Folge schon wieder links zu Ende ups ach guck nochmal hier sind wir fertig jo zwei und ich 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 da müssen wir jetzt ein paar da sein so jetzt müsst ihr euch richtig rum sein und das ist sehr gut mensch das muss die scheiße noch mal faktorie eine ziemlich unfertig gewesen ich möchte gerne noch eine die scheiße Stimmt, Stahl müssen wir einzeln machen. Stimmt, da war was. Ja, Stahl müssen wir einzeln machen, wenn du Eisen ja zweimal brauchst im Prinzip. Ach so, ja. Na gut. Also wir müssen noch eine Kiste machen. Okay. Stimmt, da war ja was. Bisschen. Gut. Die Kiste. Ach so, ja. Wissen die. Da, mein Gott. Bin ich auch noch. Ja, genau. Und erst mal vollständig geworden. Na klar. Irgendwas ist hier immer. Was ist hier immer. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.